Im Südosten von Rügen, Deutschlands größter Insel, entsteht derzeit eine exklusive Ferienwohnanlage mit 35 Wohneinheiten in insgesamt 18 reetgedeckten Häusern. Geplant und realisiert wird sie von der GbR Klein-Streso in Kooperation mit der Primus Immobilien AG, die bereits seit 25 Jahren Erfahrung mit der Entwicklung und dem Bau von Wohn- und Ferienimmobilien hat. Die Apartments entstehen jeweils als Doppelhaushälften auf dem Gelände eines ehemaligen Feriendorfes. Jede Wohnung hat einen separaten Eingang sowie einen Balkon oder eine Terrasse mit eigenem Gartenbereich. Verkauft werden die hochwertig ausgestatteten und vollmöblierten Apartments an Kapitalanleger, die von Renditen durch die Vermietung ihrer Immobilie als Ferienwohnung profitieren wollen. Zudem können Käufer ihre Wohnung natürlich auch selbst nutzen. Rügen ist über die Rügenbrücke und den Rügendamm mit dem Festland verbunden und sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn gut erreichbar. Die Fahrzeit ab Hamburg oder Berlin dauert mit dem Auto circa dreieinhalb Stunden, mit dem Zug je nach Verbindung etwa vier Stunden. Das idyllisch und in Sichtweite zum Greiswalder Botten gelegene Grundstück liegt in Klein-Stresow, ein Ortsteil der Stadt Putbus. Das bekannte Seebad Binz mit seinem kilometerlangen Sandstrand, Strandpromenade und Seebrücke liegt nur wenige Autominuten entfernt. In Binz sowie in Putbus finden sich zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs, Restaurants sowie Sport- und Freizeitangebote. Sportliche Gäste schätzen an Rügen das gut ausgeschilderte Radwegenetz inklusive Fahrradrundweg um die ganze Insel. Ein Erlebnis ist auch die Fahrt mit dem rasenden Roland. Die dampflokbetriebene Schmalspureisenbahn verbindet die Säbäder der Insel miteinander und fährt mehrmals täglich von Putbus nach Gören und zurück. Mein Name ist Sebastian Fischer und ich bin Vorstand der Primus Immobilien AG und dort unter anderem verantwortlich für das Neubauprojekt in Kleinstresow auf Rügen. Seit über 25 Jahren plant, entwickelt und baut die Primus Immobilien AG Wohn-, Gewerbe- und Ferienimmobilien. Im Bereich Ferienimmobilien setzen wir ganz gezielt auf die Ostsee. Seit einigen Jahren profitiert der gesamte Bereich davon, dass Urlaub in Deutschland immer beliebter wird, speziell auf den Inseln und an der Küste. Unser Grundstück auf Rügen liegt landschaftlich wunderschön eingebettet. Zwischen den Bodden und den Waldgebieten ist derjenige, der eine idyllische und ruhig gelegene Ferienwohnung abseits des Trubels der Küstenbäder sucht, genau richtig. Wir sind uns sicher, dass unsere hochwertig ausgestatteten Wohnungen sich sehr gut vermieten lassen werden und somit ein ideales Investment für Kapitananleger sind.